Plausible Grund dafür, dass man mit der Legalisierung so lange gezögert hat, ist folgender. Die Politikerinnen und Politiker im Bundestag haben einfach Angst vor Coffeeshops mit dämlichen Berliner Hipsternamen wie Günters Gras oder Heide Wietzka oder Crowdfunding oder Shit Happens oder Haarstaller Vista oder oder oder. Mehr zu diesem Thema bietet die sehr sehenswerte Doku Drug Nation vom SWR. Finden Sie in der ARD-Mediathek.